Yo, was geht ab Kaspar? Was geht? Guck mal, wir sind heute ein Team und wir sind auch miteinander verbunden. Ey, was soll das? Lass mich runter. Warte mal, hä? Guck mal hier die Klippe. Glaubst du, ich kann dich auf die andere Seite schmeißen? Äh, ich glaube. Oh mein Gott. LOL. Okay, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Wie kommst du jetzt rüber? Wie willst du jetzt rüberkommen? Kann ich runterspringen? Ich kann runterspringen oder so, oder? Nein, 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 nein. Ah. Was ist da? Yo! An der Flagge? Oh mein Gott. Das ist cool. Okay, okay, jetzt geht los. Jetzt müssen wir nach ganz oben kommen, glaube ich, oder? Ja, drüben beim Roten. Hey, soll ich da heben? Okay, das ging nicht, das ging nicht. Hier drüben, glaube ich. Ja, ja, ich glaube hier drüben. Warte mal, ja, hier vorne. Hier kann man meinen. Oh, oder? Hier hoch, hier hoch. Ah, hier müssen wir noch... Ah. Und zack. Hä? 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 Ich kann ja nicht hoch. Wieso kannst... Hä? Ich habe eine andere Seite. Bei mir ist das blau. Ah, lol. Bei dir ist das blau. Oh mein Gott. Ne, warte mal. Ich komme da jetzt hoch. Aber hier fehlt was blaues. Hä, da kommst du hoch. Guck mal einfach hier. Einfach hier rauf. So, auf die Seite. Blau kaltiert wird blau. Ah. Das heißt, du musst jetzt, glaube ich... Ich bin rot. Ach so, ich bin rot. Ah. Warte mal, dann kann ich da vielleicht... Ich kann nicht mitnehmen. Oh mein Gott. Ah, okay. So, und jetzt musst du... Ah, ich bin blau. Ja, 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 ja. Und jetzt musst du mich mitnehmen. Jetzt musst du mich mitnehmen. Weil ich kann nämlich hier jetzt nicht ran. Ja, genau. Oh Gott. Okay. Machst du. Das ist komisch gerade. Ja, das schmeißt du in die Ecke. Ich schmeißt du in die Ecke. Okay. Nochmal. Ich muss jetzt nutzen wie eine Zipline. Steht da. Oh mein Gott. Stimmt. Oh mein Gott. Ja, ja, das ist richtig schon. Wie du es gesagt hast. Ne, warte. Du musst mich nehmen. Du musst mich nehmen. Mir bringt das nichts. Ich kann da nicht ran. Da steht, du musst mich nehmen als eine Zipline. Ah. Oh mein Gott, Digga. Nein. Ach, Mann. Was machst du denn? Du bist richtig schlecht. Oh, ey. Ja, ich kann runtergefahren außersehen. Und. Irgendwie eine Zipline muss ich jetzt nehmen. Ja. Ui. Digga. Krass. Okay, und jetzt schmeißt du dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, hol mich rüber, hol mich rüber. Digga, das ist ja richtig krass. Okay, okay. Sehr gut. Du bist hier ganz alleine. Viel Glück. Oh nein. Nicht, dass hier irgendein Monster jetzt kommt. Und jetzt sind hier wieder irgendwelche Sachen zu meinen oder sowas. Da drüben bist du blau. Du musst dann probieren, bis ganz nach oben zu kommen. Nimm ich. Nimm ich. Ja, du bist blau, ne? Okay. Ja, okay. So, dann. Rüber jetzt. Zack. Ja. Schmeißen, schmeißen. Aber nicht ins Wasser, ne? Dau dich da hin. Wo willst du mich hinschmeißen? Zur Flanke, Bro. Ich kann... Ich kann dich drehen. So, jetzt. Äh. Bro. Was denn? Ja, du hast mir ins Wasser geworfen. Ja, ich springe raus. So, ja. Ich muss erst mal gucken lernen. Erst mal kurz lernen, wie man schwimmt. Hallo. Nimm ich noch mit? Na gut, ausnahmsweise. Du wirst dich direkt rüber. Sollst du auch machen? Mach ich. Ui. Okay. Alter, das ist voll cool. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, du hast in der richtigen Sekunde gemacht, Alter. Ich bin runtergefallen gerade. Alter. Okay, alles gut. Hier ist leicht, ne? Hier können wir easy hochgehen. Hier kurz laufen. Gar nichts los. Oh nein, hier brauche ich dich wieder. Musst du mich wieder nehmen, ja? Und? Rüber. Kann ich einfach rüberspringen? Ja, ich glaube ja, oder? Sieht so weit aus. Oh, easy. Guck mal, easy. Gar nichts los. Hier, ja. Oh Gott, nein! Ah! Ah! Oh, nee, ne? Warte. Oh, nee. Kein Problem. Okay, okay, okay. Warte mal, dann könnt ihr mich vielleicht auch beim ersten blauen Ding einfach direkt nähen. Das geht noch nicht. Aber bei dem jetzt nach hinten schmeißen. Schmeiß dich jetzt, schmeiß dich jetzt. Oh! Ja! Okay, stark, 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 stark. Okay, warte. Hier ist aber... Hier ist keine Flagge. Du musst... Ja, ich hab's doch alleine jetzt geschafft. Und jetzt musst du mich mitnehmen. So, zack. Oh Gott. Sehr gut. Ach man, oh. Du schaffst das, ich glaub an dich. Ja, normal. Easy hier. Und jetzt schmeißen. Bam! Hey, nein! Wow! Ich hab' da geworfen. Aber ich hab' irgendwie raufgekommen, wieso auch immer. Ach so. Okay, jetzt? Ich hab' dich gezaubert. Jetzt musst du mich benutzen als Simpline, glaube ich. Jetzt siehst du mal, wie schwer das ist. Oh Gott. Ganz ruhig. Hey! Ach, Digga! Bro! Na toll! Na toll! Na toll, Digga! Warte, 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 warte. Na toll, ich glaub, du hörst voll verhauen jetzt. Ja, okay. Nein, nein, siehste? Wir hätten das nächste machen können. Ja, gut, gut, gut. Jetzt aber. Du siehst hier, die ist mal an. Vorsichtig. Ganz vorsichtig ist das. So, jetzt. Wuhu! Wuhu! Weg da! Jawoll! Und rüber! Sehr stark. Okay, pass auf. Aber jetzt musst du wieder jumpen, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott, warte. Ja, ja. Du kannst dich schon schmeißen. Du kannst dich schon schmeißen. Du kannst dich schon schmeißen. Nee, lieber nicht. Okay. So, und los. Da muss mich aber schmeißen. Ne, warte. Jetzt muss ich nicht wieder zipline usen. Okay. Da an die Ecke am besten. Oh, du schmeißt dich rüber. Schmeiß dich rüber. Nee, das traut mich nicht. Doch, mach, komm. Trau dich. Mach, mach, mach. Ganz an die Kante. Noch weiter, noch weiter. Oh mein Gott, ja. Nein. 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 Ich wollte es nicht und du wolltest das. Revive. Revive. Oh mein Gott, Digga. So, ich kaufe mir Revive für 20 Robux. Ich auch. So. Okay, wieder zu. Ey, unglaublich. Mann, Digga. Eigentlich war es gut. Du hast mich halt einfach irgendwie falsch geworfen. An die falsche Erkannte oder so. Nee. Nächster falsch geworfen. Du musst mich einfach nur gegen die rote. Da hinten ist ja so eine rote Wand. Die siehst du wahrscheinlich gar nicht. Aber dann musst du mich einfach gegenwerfen. Nee, so leicht geht das nicht. Natürlich musst du mich einfach gegenschmeißen. Das war's. Die hab ich doch eben gemacht. Oh Gott. Ja, jetzt. Guck mal. Easy. So, jetzt hole ich dich rüber. Zack. Und das war's. Digga. Ey. Wo bist du? Ey. Wo bist du? Hä? Warte. So. Alter. Ich glaub's nicht. Okay, komm. Komm mit. So. Jetzt hier hoch. Und noch mehr mitnehmen. Guck, wir sind schon wie hoch wir sind. Wir sind jetzt schon 50 Meter hoch. Alter. Wir sind schon richtig gut am Start hier mit. Ja. Ja. Safe. Hier rüber. Oh. Werfen. Au. Holt sich mal dahin. Okay. Hier vorne oder jetzt? Wo gehst du jetzt weiter? Hä? Hier. 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 Ich muss dich nehmen. Und jetzt hier hoch. Wieso musst du mich nehmen? Ah ne. Ender aber mal. Ich dachte ich müsste hier hoch. Okay. Du musst mich nehmen. Okay. Echt. Wow. Wo würdest mich denn hin schweißen hier? Alter. Ja, rauf hier, jetzt rüber, oh mein Gott, jetzt muss ich dich wieder, oh Gott, mach ruhig da jetzt, ne, ah, du kannst auch laufen, oder, und dann möchtest du dich einfach werfen, oder, ne, wir müssen noch ganz oben, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, warte mal, du musst da hin, da oben bei der Flagge musst du hin, ja, stimmt, das wird nichts, Digger, ich sag's doch, Hätte, hätte noch was werden können, hätte klappen können, hätte klappen können, dann muss ich das so machen, ja, also das war auf jeden Fall schon mal ganz gut, hä, warte mal, ja, 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 warte, also echt, okay, so, ich komme, so, und jetzt muss ich dich nehmen, jetzt musst du, als Link ist aber wo jetzt hin, Ziplein, geradeaus, ach so, stimmt, so, und rüber hier, Ja, und jetzt können wir hier durch, nach links, nach links, nach links, ja, ist doch die Flagge, oh ja, stimmt, oh mein Gott, gut gesehen, hä, bist du gegen die Flagge gekommen, oder was, wie schlecht hast du denn geworfen, oh, ich hab wie ein Profi geworfen, Das war ein richtiger Noob-Bohr, gar nicht, so, nimm jetzt, was geht's, was für ein Noob-Bohr, Digger, ich hab dich genau reingeworfen, aber, das ist doch da, Das war ein richtiger Noob-Bohr, war das, Jetzt bitte normal, einfach, oh mein Gott, schaffst du den? Na klar, los, warte, Digger, okay, so, jetzt, wow, das ist eine Glasscheibe vor, oder so, das war zu hoch, ne, ja, irgendwie, also, ich weiß auch nicht, was, es ist irgendwie zu hoch, ja, ich hab dich, ich hab mich, glaube ich, zu hoch geworfen, jetzt schaffe ich es, jetzt hab ich es jetzt richtig, mathematikmäßig hab ich es richtig abgerechnet, dass du genau reinfliegst, oh Gott, oh Gott, guck, Digger, also wirklich, Der wird viel zu hoch, das ist viel zu schlecht, Alter, hör doch auf, das war aufzusehen, so, jetzt einmal bitte schaffen, Ja, ja, wir machen das jetzt so, wie es jetzt sein, du musst, du musst dich nochmal werfen, okay, so, das heißt, wir gehen hier hoch, ja, sehr gut, jetzt nehme ich dich, so, zack, Ziplein, Ziplein, und jetzt schmeiß ich dich rüber, aber wo, so alles, wie ein Profi jetzt bitte, Nein, so triffst du doch gar nicht, was machst du denn, so, ne, so fliege ich gegen die Wand, so, okay, so ist es gut durch, ja, ja, siehste, wieso nicht gleich so, so, und jetzt der letzte Sprung hier, ey, ich weiß nicht, das sieht so aus, als würde man das gar nicht schaffen können, also, ich muss mit übel Ziel anlaufen, sonst wird es nichts, Bro, den kann man nicht schaffen, Digga, wie soll man das machen, wir wechseln, wir tauschen jetzt die Farben, Okay, dann swap mir mal die Farben, Kaspar, zack, weil er leider zu schlecht ist, glaube ich, okay, okay, ich will sehen, wie du den Sprung schaffst, dann zeig mal, wie du den Sprung schaffst, Okay, ich war zum ersten Mal den Parcours, so, hier, ohne Probleme, zack, ja, okay, hier in die Ecke, Zack, die vielleicht irgendwie, so, okay, zack, du musst mir ein bisschen erklären, wie weit du jetzt gerade schon bist, Hä, ja, am Ende, Hä, hast du diesen Sprung hier geschafft? Das ist also wirklich, bist du, bist du, Digga, bin ich zweimal runtergefallen an dem Sprung, Ja, jetzt, Digga, Forfue Effect, Bro, ich schwörst ja, 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 alle Brüttel, Ich habe den zweimal probiert, Digga, ich habe ihn nicht geschafft, Nee, ich muss nicht nehmen, Wir haben Farben getauscht, Stimmt, Ey, Digga, du bist so ein 31er, Alter, unglaublich, Alter, Ja, 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 Also echt, Also ich habe wirklich die dümmsten, die, ey, Das war nicht mit Absicht, Wie schlecht kann man sein? Was war nicht mit Absicht, so, jetzt aber, Okay, Alter, das war gar nicht so leicht, So, oh Gott, Und zack, Zack, rein mit dir da in die Grube, Oh mein Gott, Was passiert denn jetzt? Hä? Alter, und das ist jetzt gerade so grün, Oh mein Gott, wir haben einen neuen Checkpoint, Yeah, Checkpoint Nummer 2, Wir haben 100 Meter Höhe erreicht, Sehr gut, Und jetzt können wir hier immer uns reviven, oder was? Ja, jetzt haben wir hier einen Checkpoint für immer, Hä, ich kann nicht runterwerfen, Warte mal, ich muss, ich muss dich da oft gegen diese Zielscheibe schmeißen, Dann können wir da noch durch, glaube ich. Schaffst du nicht. Und durch hier. Hier wie. Nein. Oh Gott, nein. Ist keine Flagge. Spaß. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Leute, wir haben es geschafft, hier in die Burg zu kommen. Es war schwieriger, als ich dachte auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, dass ihr in zwei ein paar machen, dann ist unbedingt ein Like und ein Abo da. Aber ich würde sagen, bei 100 Likes auf dieses Video machen wir auf jeden Fall einen zweiten Part. Tut mir den Gewalt, schenken wir jetzt noch dieses Mal in den Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.